Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Mal an diesem 7. Juni 2021. Es ist Montag und ihr hört die Geek Talk Daily 1018. Damit ihr morgen um 4 Uhr oder ab 4 Uhr in der Geek Talk Daily 1019 eine Apple-freie Episode bekommt, spreche ich heute noch eine kleine Sonderfolge ein. Und zwar geht es um die WWDC 2021, die Neuigkeiten von der Entwicklermesse. Ich hatte spontan Lust und vor allem auch Zeit, wieder mal ein bisschen was zu tippen. Während der Keynote habe ich fleissig runtergetippt. Das Ganze muss dann nachher noch ein bisschen überarbeitet werden, aber so habe ich schon mal kleine Shownotes für die heutige Sendung. Wir gehen von iOS 15 über iPadOS, über Privacy, über WatchOS, über Apple Home und macOS bis hin zum Schluss. Und dann gab es noch ein paar Hardware-Neuigkeiten. Ne, das löse ich aber dann am Schluss der Folge kurz auf. Grüße an den Mike an der Stelle. Die Neuigkeiten rund um iOS 15 ist eine verbesserte Audioqualität bei FaceTime. Ihr bekommt auch Video-Verbesserungen. Es gibt die Möglichkeiten, um zu teilen. Und da muss ich gleich an meine Tochter und ihre Freundinnen denken, oder an meine Töchter und ihre Freundinnen denken. Denn die telefonieren fleissig miteinander und schauen zusammen Videos auf TikTok, auf YouTube und was weiß ich, was immer. Und das geht zukünftig auch anders und einfacher. Nämlich Apple hat da eine Sharing-Funktion mit eingebaut. So kann man in Zukunft nämlich ganz einfach Musik oder Filme miteinander teilen und anschauen. Das Ganze hat Apple SharePlay genannt und sie geben auch die API dazu frei. SharePlay API, die können andere Entwickler nutzen. So haben das zum Beispiel schon Disney+, HBO Max, TikTok und Co. eingebaut. Da werden sich meine Mädels darüber freuen. Dann hat Apple wieder mal die Notifications aufgebohrt. Da gibt es Möglichkeiten zum einfacher sich nicht stören lassen. Und ein Fokus-Modus wurde da auch mit integriert. Neu habt ihr die Möglichkeit von Live-Text. Das heisst, ihr könnt ein Foto machen von einer Präsentation oder irgendwas, was man an der Sitzung an die Wand gekritzelt hat. Das Ganze wird dann mit OCR-Technologie gescannt. Ihr könnt den Text rauskopieren und gleich weiterverwenden. Kennen wir von anderen Anbietern. Jetzt auch bei iOS integriert. Dann hat Apple auch die Spotlight-Suche komplett überarbeitet. Und da die Bilder mit reingenommen. Also ihr könnt auch neu nach Fotos suchen. Und ihr bekommt Foto-Memories in aufgebohrter Version. Dann gibt es Neuigkeiten zu der Wallet, zu der Wetter-App und zu der Maps. Was das genau ist, die Wallet kann jetzt bald auch schon, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob ich das richtig mitbekommen habe, weil live mitgeschrieben Hotelschlüssel mit integrieren. Dann gibt es neue Wetterdarstellungen, also von der App und Wetterradare gibt es. Und auch unter Apple Maps gibt es einige Neuigkeiten. Bessere, schönere, buntere und detailliertere Ansichten in gewissen Ländern und Städten. Leider ist die Schweiz nach wie vor nicht dabei. Da hätte ich mich mehr darauf gefreut. Weiter geht es auch mit den AirPods. Auch die haben Spatial Audio in FaceTime und beim Musikhören. Ihr könnt ab sofort dann auch die Dinger suchen mit der Find My App etc. oder besser gesagt mit dem Find My Network und so weiter und so fort. Neuigkeiten gibt es auch natürlich beim iPad und da hatte ich ja grosse Hoffnung. Ich werde es, oder besser gesagt, es ist auch verlinkt zu meinem iPad Pro 2021 Test, was ich aktuell fleissiger machen bin. Da freue ich mich natürlich auf die Neuigkeiten, denn es kommen endlich die Widgets auch aufs iPad sowie die App Library. Der Bereich des Multitaskings wurde überarbeitet. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ihr habt überall und immer die Möglichkeit von QuickNote. Samsung lässt grüssen. Da kann man jetzt fleissig Notizblöcke unten hochziehen und dann sich schnell Notizen machen. Plus in Notizen, die ihr mit anderen bearbeitet, könnt ihr jetzt euch oder andere auch in Menschen setzen. Auch hat Apple seine Translate App überarbeitet. Die funktioniert auch mittlerweile mit Fotos. Also dann ab Herbst, wenn das Update logischerweise kommt. All die Funktionen, ganz wichtig für diejenigen, die es noch nicht wissen, das Ganze kommt mit dem Update, was im Herbst dann auf eure Smartphones und Tablets kommt. Also das sind die Ankündigungen für die Entwickler, die jetzt da eben neue Möglichkeiten bekommen. Dann hat Apple wie immer sehr viel Fokus auf den Bereich Privacy gelegt. Da gibt es Neuigkeiten bei Siri. Zum Beispiel die ganzen oder sehr viele Funktionen, die Siri ausführen wird, passieren zukünftig direkt nur noch auf dem iPhone und auf dem iPad. Sehr, sehr toll. Denn damit muss zum einen für solche Aktionen wie Licht anstellen, Musik starten etc. nicht mehr das Internet das Ganze mitbekommen, also die Apple-Server, sondern nur noch euer Gerät. Aber und dadurch kommt natürlich dann auch ein bisschen mehr Privatsphäre oder deutlich mehr Privatsphäre und Geschwindigkeit in das Ganze. Dann gab es Neuigkeiten zu der iCloud, die Möglichkeiten, Account wiederherzustellen. Und eine Art VPN hat Apple vorgestellt. Das muss ich mir nochmals genau anschauen. Private Relay nennt sich das Ganze. Mit Hide My E-Mail könnt ihr E-Mail-Adressen verschleiern, so dass eben eure wirkliche E-Mail-Adresse nicht nach aussen tritt. Und es kommt bald iCloud Plus, wo ihr uns limitierte Anzahl an Kameras, Apple HomeKit Secure Video lässt, da grüssen, integrieren könnt und noch deutlich mehr. Einige Neuigkeiten gibt es auch im Bereich von Apple Maps, genau Apple Maps, Apple Health. Denn da habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Daten von euren Kindern oder von euren Grosseltern oder sonst Menschen, um denen ihr euch Sorgen macht, euch zugänglich zu machen. Natürlich mit Einverständnis des Gegenübers. Und so lässt sich dann das Ganze monitoren und ihr habt immer einen Blick auf eure Liebsten. Auch gibt es eine neue Funktion Mobility, Walking, Steadiness und Trends. Da werden noch mehr Daten über euren Körper gesammelt, wenn ihr eben älter seid oder nach einem Unfall zum Beispiel und Mühe habt mit dem Gehen, um auch daraus dann weitere Daten auszulesen und Trends zu geben. Healthsharing ist eben die Möglichkeit, die Gesundheitsdaten von euren Kindern oder Erwachsenen, besser gesagt den Grosseltern oder Eltern etc. einzusehen. Weiter geht es mit WatchOS. Natürlich bekommt auch der Computer am Handgelenk einige Neuigkeiten spendiert. Mit WatchOS 8 kommt da zum Beispiel die Foto-App auf dem Arm ein bisschen überarbeitet. Ihr könnt darüber Fotos teilen, direkt mit euren Liebsten. Da bin ich dann gespannt, wie das funktioniert und so auf kleinem Screen. Aber ich habe mich auch schon dabei ertappt, wie ich gewisse Fotos oder durch gewisse Fotos gescrollt bin auf dem Handgelenk. Kann passieren. Auch mit der Mindful-App wird das Ganze im Bereich Health ausgebaut. Was heisst, im letzten Jahr kam ja das mit dem Atmen dazu. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen aufgebohrt. Und Apple Fitness Plus hat in den Staaten oder bekommt in den nächsten Staaten schon in den nächsten Wochen neue Workouts präsentiert, sowie auch motivierende Musik-Playlisten direkt von Apple Music spendiert. Was haben wir noch? Genau, die Watch kann jetzt auch im Find-My-App rumsurfen und sehen, wo eure verloren Geräte hingekommen sind. Dann ging es weiter mit Apple Home. Und da hat Apple Dinge gezeigt, eben mit der zentrale Apple HomeKit. Zukünftig kann man dann eben auf dem Apple TV oder direkt auf die Watch ein Bild sich zeigen lassen von der Aussenkamera, wenn es klingelt und man kann direkt reagieren. Das ist eine der kleinen Neuigkeiten, die sie gezeigt haben. Ich denke, da kommt noch einiges mehr mit. Und zu guter Letzt ging es zu Monterey, respektive Mac OS, dem kommenden, was auf den Namen hören wird. Monterey. Ja, was kann man da? Man kann auch am Mac teilen. Filme, Apps, Projekte etc. Lassen sich direkt während dem FaceTime-Call mit euren Freunden, Bekannten oder Mitarbeitern teilen und gemeinsam anschauen, teilen und bearbeiten, logischerweise. Was ganz cool ist, ist Universal Control. Wir hatten es schon im letzten Jahr gesehen. Man kann ja das iPad als externen Monitor nutzen, zusätzliche Schaltfläche oder Ansichtsfläche, wenn man am Arbeiten ist. Und das Ganze wird jetzt mit Universal Control richtig spooky oder magic oder wie man es auch immer nennen mag. Sobald ihr das iPad in die Nähe eines MacBooks legt und dann mit der Maus vom MacBook rausgeht in Richtung des iPads, verknüpfen sich die beiden. Ihr könnt Dateien austauschen, ihr könnt an gleichen Projekten arbeiten und so weiter. Habt einfach einen weiteren Screen. Und da ist noch nicht Schluss. Apple hat auch, wenn ihr zum Beispiel einen weiteren Mac daneben legt, auch da die Möglichkeit gegeben, einfach da auszuweichen. Das finde ich extrem cool und hoffe ich natürlich, dass das auch mit ein paar älteren Modellen möglich ist und nicht nur mit den neuesten Geräten. Aber ich befürchte da eher wahrscheinlich, letzteres M1 wird da wahrscheinlich das Zauberwort sein. Auch hat man Airplay aufgebohrt, nämlich in die andere Richtung, um Dinge vom Smartphone und vom Tablet auf den Mac zu kriegen. Egal ob Audio-Wiedergabe oder Bild, weiter Streaming etc. All das ist möglich. Und gerade erst vor kurzem habe ich mit einem guten Kollegen darüber gesprochen, Shortcuts kommt auf den Mac. Da freue ich mich extrem drauf. Mehr Privatsphäre und eine überarbeitete Optik, neue Tab-Ansicht und vor allem Gruppen-Tabs. Neue lassen sich Tabs gruppieren. Man kann die auch rausziehen, in eine Mail legen und dann hat man gleich all die Links drin. Das finde ich extrem cool. Immer wenn ich Recherchen etc. mache, muss ich mal das Einzelne rauskopieren. Da habe ich zukünftig einfach die Möglichkeit, so eine Gruppe zu nehmen, in eine Mail zu schmeissen oder sonst in eine App und dann habe ich all das zusammen. Das finde ich natürlich ganz cool. Und das Wichtigste, die ganzen Gruppierungen sind natürlich dann auch auf dem iPad, auf dem iPhone und auf anderen Geräten, die man aus dem Hause Apple hat. Und zu guter Letzt hat Apple noch gezeigt, dass sie auch an den Extensions geschraubt haben. Die gehen nicht nur auf dem Mac, sondern bald auch schon auf dem iPhone und iPad. Und das waren so die Neuigkeiten, die bei mir noch hängen geblieben sind. Ich werde die Keynote nachher, bevor wir am Mittwoch unsere Geek Talk News Folge aufzeichnen, sicher noch in Ruhe nochmals anschauen und bin gespannt, was ich da sonst noch alles entdecken werde. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Abend und ja, wenn ihr ein Favorite habt, lasst es mich doch über Social Media, die Kommentare oder über all die anderen Wege, E-Mail etc. wissen. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.